Hi, heute möchte ich euch zeigen, wie wir Vektoren in der Vektorrechnung addieren können. Dazu erstmal der allgemeine Ansatz. Ich habe hier zwei Punkte und ich möchte jetzt den A-Vektor, der sich aus den Koordinaten von Punkt A ergibt, plus den B-Vektor, der sich aus den Punkten von Punkt B ergibt, errechnen. Der allgemeine Ansatz dafür lautet A1, A2, A3, die drei Koordinaten stehen für die Koordinaten des A-Vektors, plus B1, B2, B3, diese drei Koordinaten stehen für die Koordinaten des B-Vektors. Oder wenn wir zwei Punkte haben, die nur zwei Koordinaten haben, das heißt, wenn hier der A-Vektor 1,1 wäre oder der B-Vektor 0,3, wäre der Ansatz A-Vektor plus B-Vektor gleich A1, A2 plus B1, B2. Und das kann man noch einfacher zusammenfassen, indem man sagt, A1 plus B1, A2 plus B2 und A3 plus B3. Das wäre erstmal der allgemeine Ansatz für die Addition von Vektoren. Ich zeige euch jetzt ein kleines Beispiel. Wir haben hier die Punkte A1, A1, A1 und B0, 3, 5. Und wir machen jetzt dasselbe wie im Ansatz. Also, wir berechnen jetzt den A-B-Vektor, addieren A plus B. Und wir haben gesagt, A-Vektor plus B-Vektor ist gleich alle Koordinaten von A untereinander, 1, 1, 1, plus alle Koordinaten von B untereinander, 0, 3, 5, ist gleich 1 plus 0, weil wir hier auch A1 plus B1 haben, 1 plus 3 und 1 plus 5. Das heißt, wir addieren immer die beiden ersten Koordinaten miteinander, die zweiten und die dritten. Das heißt, das Ergebnis dieses Vektors wäre 1, 4, 6. Das wäre jetzt ein Beispiel für die Addition von Vektoren miteinander.